Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Lage im Mai 2017. Vorneweg, es wird, beziehungsweise sag mal so, es kam in den letzten Tagen relativ wenig, es wird in den nächsten paar Tagen relativ gar nichts kommen, da ich immer bloß am Mittwoch und am Freitag theoretisch die Zeit habe zum Aufnehmen, weil ich sonst den ganzen Tag nicht da bin. Und ich habe jetzt zum Beispiel generell wenig Zeit, darum hoffe ich, dass ich am Mittwoch dazu komme, ganz, ganz viel aufzunehmen. Ich hoffe es sehr, müsste eigentlich klappen und zum Programm ist eigentlich alles relativ unverändert. Soviel zu übrigens, Krux wird dann im April fertig. Ich habe noch nicht einmal die eine Mission abgeschlossen, aber okay. Also Krux, Starcraft, Mars Recall, mit dem Zerg werden wir dann spielen. Vielleicht kommen wir auch noch zu den Protos, müssen wir schauen. Auf jeden Fall die zwei Spielchen. Und Ende Mai, ich hoffe es wird nicht noch einmal verschoben, weil dann platzt wirklich mein Kragen, Constructor, HD. Ich hoffe wirklich, dass das kommt. Und mir fällt gerade auf, äh, Starcraft, äh, nicht Starcraft, äh, Star Wars, nein, auch nicht Star Wars, irgendwas mit S. Äh, Street Wars, Street Wars, Constructor Underworld, äh, Underworld, ich kann immer reden. Das kommt natürlich auch noch weiter. Ich hatte jetzt allerdings keine Zeit mehr, weiter aufzunehmen, aber ich habe es nicht vergessen. Es kommt ganz, ganz sicher wieder dann, ich weiß nicht, wie lang das tatsächlich wird. Ich schätze mal so fünf Folgen, vielleicht ein bisschen länger, aber nicht allzu lang. Wirklich ein ganz, ganz kurzes Projekt. Bis dann. Ich hoffe wirklich im Mai dann Constructor HD rauskommt, also das Remake zum originalen Constructor. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam, ist aber auch relativ schnuppe. Ansonsten hoffe ich, der letzte Monat hat euch gefallen, der diesmonatige Monat gefällt euch. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz oft in den Kommentaren. Und wie immer Geld grüßelig, euer Mr. Grozzi. Bis dahin, tschüss, tschüss.